So, und hier sind wir auch schon wieder. Wir haben letztens das Pädo-Viech da im Schwimmanzug besiegt. Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Ich habe geheilt kurz. Er hat nur geheilt, sonst nimmt er den Pädo immer noch von hinten. Ist das eigentlich mein Schwanz aus dem Kopf von dem, oder ist das die Frisur? Das ist die Frisur. Geh mal ein Stück zurück, dann siehst du das auch. Ne, das will ich aber nicht. Guck, das ist so schnell, das sieht man gar nicht. Das ist eine Kombination aus Hahn und Mensch. So, jetzt weiß ich aber nicht. Warte, der zweite in Delir, der erste war Unlicht. Wie du mich einfach ignorierst. Warte, ich bin gerade am überlegen. Und zweites war Geist. Aber was? Ja. Was hast du denn gerade gesagt? Ich war gerade voll konzentriert. Halt's Maul, ich rede nicht mehr mit dir. Okay, wir hatten gerade ein Pädo. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass jetzt ganz viele verschiedene von den Gruppen kommen. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt ein Libertra einsetzt. Okay, dann mache ich das jetzt für dich als erstes Libertra. So, okay, wir gucken uns das... Würdest du mich hassen, wenn es sofort stirbt? Wenn es... Das ist so ein... Ehrlich, es kann nicht Eis sein. Das wäre das Unlogischste. Egal, wurscht, fang an. Warte. Die... Das ist ein Mädchen. Mit so einem Hularock oder sowas und Blumen in den Haaren, ja? Merk dir das bitte. Ja, ja. Und mit den... Ich bin Schweden. In Zubäden. Ah, nee. Sie ist Schweden. Achso. Flug. Ja, Flug geht. Hä? Mann! Was hat er in der Hand? Sag mir bitte nicht, dass es ein Dildo ist. Alles nur kein Dildo. Ich glaube, das soll eine Kamera darstellen. Danke. Oder... Oder... Es war doch letztens hier Tag der Geschwindigkeitskontrollen in NRW. So ein Geschwindigkeitsmesser. Den haben wir nämlich auch beim Tennis. Solange es kein Dildo ist... Och, nee. Du denkst... Jetzt schlafe ich. Da muss ich kurz speeden. Hab jetzt gesagt, dass ich nicht mehr speede, aber kurz den Schlaf will ich speeden. Hallo? Danke. So, jetzt kannst du auch ganz nochmal weitergehen. Äh, eins sollte ich noch überleben. Mit drei HP oder so. Und sonst... Oder so. Dein Bild krackt gerade übrigens bei mir ab. Echt? Egal. Ja, ja. Aber es passt schon. Ich denke, das liegt daran, dass du speedest. Das funktioniert bei mir dann nicht mehr. Ja, ich hab gespeedet. Jetzt bin ich wieder normal. Oh. Siehst du? Ja, jetzt siehst du auch. So, gut. Ja, okay. Stärkern kurz den Hyperpushen geben, damit ich Tropius auch noch kriege. Tropius ist ein Scheißvieh. Ich hasse es. Es hat einfach Bananenhoden am Kinn. Guck dir an. Es hat einfach Bananenpenisse am Kinn. Nein, ich mein, das ist... Weißt du, das war so das erste... Ich als kleines, kleines, kleines Kind bei WoW. Ne, nicht bei WoW. Das war ein anderes Spiel. Okay, ich als kleines, kleines Kind bei Pokémon. Ich... Oh, ich hab Pokémon Rubin. Rubin war das, glaube ich, wo es das erste Mal kam, ne? Ja. Ich hab Pokémon Rubin. Lass mal Pokémon fangen gehen. Okay. Also schön und gut. Hatte mir einen Hundemann gefangen. Hatte mir hier das, was du jetzt auch hast. Äh, Wingull. Ne? Wiss ich. Und dann... Ich so, ah, die neuen Pokémon sind toll. Und ich hasse diese Edition seit diesem Pokémon. Wer, verdammt nochmal, setzt einem... Etwas... Es sieht so aus, als hätte das irgendwie den Kopf... Blätter auf. Das ist so wie der Versuch, einen Fake-Mon zu erstellen von... Ähm... Nicht Shiggy. Das Grüne. Bisasam. Äh, ich spiel's Bulbersore immer. Bisasam. Ich wollt selber drauf kommen. Die Leute sollen mich nicht für einen totalen Noob halten. Nicht Bisasam. Könnte es Bisasam sein? Ich weiß es nicht. Ne, ähm... Ich mag dieses Vieh bis heute nicht. Ich bin ehrlich. Ich frag mich auch, was kann man damit machen? Also, es ist klar, dass mein Stärkern das gleich irgendwie nicht down kriegt, aber... Scheiß drauf. Ja, das ist so wie... Wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein... Ach, wie heißen die mit den Eiern? Äh... Charnera. Ähm, wie ein Charnera, weißt du? Das ist... Stellst du da rein und das... Langweilt den Gegner einfach zu Tode. Also, das... Das langweilt ja nicht wirklich, aber dass es mich die ganze Zeit einschläft... Und trotzdem paralysiert ist und einfach nicht down gehen will. Und ich wollt grad sagen, wenn ich mich das jetzt... Wenn ich jetzt der Bodycheck geholt, hätte ich gelacht. So, nach drei Minuten oder was weiß ich, wie lange hab ich das Tropius endlich geholt. Und das schon wieder dieses Kekchunokono. Das war doch gerade schon. Jetzt wissen wir aber doch, was es ist, oder? Ja, jetzt wissen wir, was es ist, aber das bringt mich trotzdem nicht weiter. Vielleicht... Obwohl... Setzt du jetzt... Ich seh jetzt... Na, ShadowSwipe hat das gerade gemacht, ne? Shit. Ich seh jetzt immer noch nicht. Bei mir ist der jetzt gerade eingefrorene Bildschirm. Ah, okay. So weit ist es gegangen. Jut, jut. Äh, ja, das solltest du aber kriegen. Du solltest das kriegen. Du bist grad dran. Hauptsache, du kannst in jede Richtung gucken. Stell dir mal vor, du bist einfach auf der Straße. Das wär der übelste... Oh. Ich wollt grad sagen. Das wär der übelste Vorteil, wenn du einfach in alle Richtungen gucken könntest. Das wär ziemlich beschissen. Wie willst du dann da schlafen? Das muss doch voll unangenehm sein. Scheiße, jetzt hab ich nicht gesehen, was kommt. Flug. Äh, ich mein, es war... Ein gegnerisches Soki. Also ein Pelipper. Richtig. Wenn ihr Glück gehabt. So, dann ist sowas von deinen Leftovers. Ancient Power. Videopumpe, du bist down. Tut mir leid. Ja, Critical Aid leckt mich doch. Versuch mal stärkern. Vielleicht krieg ich... Ein Dragon Breath, gut. Paralysiert. Schade. Okay, jetzt soll ich... Ich schmeiß einfach mein Soki rein, weil mein Soki ist besser als das von dem. Warum kann das auf 59 Hydro-Pumpe und meins auf 60 nicht? Ähm... Danke. Es gibt Trainer, die sind fähig. Beende den Satz bitte nicht. Nein, beende ihn einfach nicht. Trainer, die... Ja. Sind wie ich. Du bist so ein Zwischending. Manchmal bist du absolut unfähig. Danke, danke. Manchmal kriegst du's allerdings auch das ein. Daneben. Warum setzt der zweimal dann an der Full Restore ein? Dreckskind. Hey, ich hatte... In meiner neuesten Episode, die kommt heute Abend noch hoch als hier, von wegen... Ja, tut mir leid, dass ich so lange nicht aufgenommen hab und so, wegen Diablo-Pause. Oh ja. Ähm... Oh ja, Domme. Ähm... Ne, auf alle Fälle... Ähm... Ne, wir haben eine total professionelle Pause gemacht, weil wir hatten familial total viel zu tun und schulisch. Und... Ja, blöd. Ich hatte ja wirklich schulisch was zu tun, aber ich glaub, der Hauptgrund lag einfach daran, dass ich, äh... Belsabub zu Ende geguckt habe. Ich hab mit Avatar gucken angefangen und... Ich hab Diablo gespielt. In der Reihenfolge, so die Wichtigkeit der Dinger. Swallow? Was ist Swallow? Weißt du das? Äh, äh... Taubos. Taubos, das weiß ich. Doch, es ist ein Taubos. Echt? Wenn das jetzt ein Taubos ist, dann... Oh! So dicke Eier, Junge. Das hatte ich auch früher. Ich wusste nur nicht, was es bringt. Ich hab's immer nur zum Fliegen genutzt. Hä, das ging eigentlich ganz gut ab. Aber da mein Freund einfach zwei Zets im Namen hat, die beide groß geschrieben sind, geht das einfach nicht mehr ab. Und das ist einfach ein Dachverflug und das geht auch down. Und dann macht's ein Dragon Dance, aber bringt dir nichts. Vierfach-Effekt. Ich mag halt hier. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. So! Damit haben wir den Dildoman gespielt. Ich verstehe die Charaktere nicht. Ich verstehe sie auch nicht. Vor allem, was suchen die hier in der Liga? Naja, egal. Äh, das war jetzt... Äh, der Dildoman. Die guten Typen sind vermutlich von den Zombies ausgebotet worden. Ist man einfach so in den Wachengang. Äh, wer will Liga? Geht ein bisschen in der Hülle trainieren und dann kommt ihr da schon rein. Nee, nee, nicht trainieren. Die können... Hast du doch gesehen, der eine, der den Speed nochmal runtergesetzt hat bei deinen Zwerklops. Nee, nicht Zwerklops. Du weißt, bei Simplay. Ja, 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 ich weiß, lebe Moment aus. Genau. Naja, ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Snakewood mit einem Toxic und Simplay ist dann auch wieder dabei, oder? Genau, ich will was sagen, ich will was sagen. Oh mein. Liebt Bäume. Liebt einfach Bäume, Bäume sind geil. Das ist schon vorher gesagt worden und es ist richtig, tut es einfach. Und tschüss. Das ist so Suggestion. Tschüss. Davon im nächsten Teil mehr.